Hallo, ich bin der Peter. Und das da, das ist ein Skinhead. Hallo Skinhead. Hey, halt die Schnauze. Normalerweise wohnt der Skinhead im Fußballstadion. Da fühlt er sich richtig wohl. Klingt komisch, ist aber so. Arschloch. Und weil der Skinhead allein ein rechter Feigling ist, hat er heute seine Freunde mitgebracht. Mit was die Skinhead da werben, das nennt man Wollertopf-Cocktail. Das kann man zwar nicht trinken, dafür kann man damit ganz doll Sachen anzünden, die dann brennen. Da kommt auch schon die Polizei und steckt die Skinheads ins Gefängnis. Dort werden sie von ihren Mitgefangenen ordentlich durchgepoppt. Das brennt dann auch. Tschüss Kinder.